Ja, ja, schauen Sie, Erinnerungen von Kindern unter zehn Jahren, oder vor allen Dingen, wenn sie noch jünger sind, kommen ja immer durch die Erzählungen von Verwandten, unmittelbare Erinnerungen. Man weiß natürlich, sagen wir, so in den letzten Jahren, also 1929, seinen 60. Geburtstag, wie er ihn feierte, an den kann ich mich also noch genau erinnern, weil ich also unter anderem auch beim großen Fest in Wallfried, im Freien, also den Bratwürstrost, die fräkische Rostbratwürste, da war ich also der Chef und hab die gebraten. Das ist auch meine Aufgabe. Und dann natürlich, also auch aus der Erinnerung, was da los war, das kam natürlich auch durch Berichte, Details. Ich weiß noch, wie die Stadt bei Röth gekommen ist, das Geschenke übergeben hat, so verschiedene Sachen. Wir haben auch mit meinem Vater vor allen Dingen hier die Umgebung so gut kennengelernt. Also er lebte ja vom Dirigen und war sehr viel auswärts. Und seine ganze Arbeit hatte ich auch. Er war ein harter Arbeiter. Er hat also den Tag genau eingeteilt. Und wir waren aber dann auch mit ihm, soweit wir Zeit hatten, denn es war ja meistens Bespielzeit, wenn wir Urlaub hatten. Und da waren wir ja dann auch eine Zeit lang hier in Bayreuth. Aber dann die nächste Zeit waren wir natürlich in Urlaub, weil wir uns erholen mussten. Außerdem waren wir auch zu jung.